Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren recht spannenden Folge Far Cry 4. Ganz kurz abspeichern. So, gleich am Anfang. Wollte ich eigentlich nicht. Geht mal aus dem Weg, ihr Toyline, hätte ich bald gesagt, ihr Rapbühner. Er ist schon wieder fertig aus der Pustel. Wir haben ein Ziel, wir suchen aber auch unterwegs. Da ist er. Und, habe ich was? Yo, Karma-Ereignis abgeschlossen. So, nächstes Ziel. Anhalten! Ich mach dich fertig! Machst du gar nicht? Oh, oh, oh! Das Messer ist gezogen! Jetzt rutsch! Oh mein Gott! Abgehör! Mann! Gott, oh Gott! Was wollen die alle bloß von mir? Toll! Munition! Stromgewehr brauch ich nicht. Zack! Munition! Genial! Was hab ich noch? Genau. So, ab geht er! Boah, ist das zu fast. Ja! 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 Bist du nur am Kämpfen? Nö. Den LKW hätte ich wahrscheinlich auch kriegen können, ne? Die sind ja auch schon wieder beim Kämpfen. Hier kannst du auch nicht rein, da ist Klo aus hier, ne? Ne, ein Adler. Hier ist eine Kiste. Ah, hier ist bloß wieder ein Plastikelefant drin und Geld drin, ja. Also nichts Gescheites. Das sind welche von uns. Hier heute haben wir noch wieder ein Tierkühle. Das frage ich mich auch. Können wir mit ihr sprechen? Die Flinte will ich haben. Die will ich haben. Ich will die haben. So. Herstellung, Fähigkeiten, was können wir jetzt hier machen? Wir haben zwei. Wie viel haben wir? Zwei haben wir. Was können wir jetzt mit? Zwei. Geschäftsabkommen. Sprengpfeile. Du kannst jetzt Sprengpfeile, Brandpfeile, Haft-Upgrades machen. Ach so, kann ich jetzt kaufen. Das habe ich gelernt. Das können wir hier noch machen. Pugelschwamm ist nun viel effektiver. Takedown. Ich muss diesen ganzen Kram hier. Feuer ist erstmal. Messerwurf. Takedown. Das musst du alles machen, auch wenn du es nicht willst. Plündert Gegner automatisch. Schieße Seitenwaffe ab. Ja, er will das alles vorweg haben. Ich habe diesen Quatsch freigeschaltet und jetzt kann ich diesen ganzen Kram. Nerv. Toll. So, auf die andere Seite rüber. Ich meine, ganz schön Gemetzel hatten wir hier schon gehabt, ne? Wie weit ist das überhaupt noch weg? Das ist doch gar nicht mehr so weit weg, ne? Propagandaposter. Das müsste hier sein. Da ist ein Propagandaposter. Da gibt es wieder Punkte für. Weg damit. Noch 150 Stück. Tatsächlich. Nach sieben bis zur nächsten Belohnung. Schnittzen. Die Arbeit der Liebe. Deine Liebe für meine Arbeit. Mein Blut. Mein Schweiß. Ihr Blut für dich. Die Ziege. Ich bin begeistert. Offiziell begeistert. Was haben wir jetzt hier? Mal eine Kiste. Besuche. Rabi, Rei, Orana für Propagandazentrum Aufgaben machen wir. Jetzt haben wir jetzt wieder Zahnstocher und 13.000 Kürat. Dingensbummens. Muss ich hier hoch, hier runter? Muss ich hier in die Höhle rein? Unten? Und warum krabbel ich hier jetzt hoch? Muss ich hier hoch? Und muss ich hier hoch? Egal. Wir haben ja auch Zeit und wir können ja auch diesen Außenposten hier noch mitnehmen. Oh oh. So können wir mal abspeichern. Ich glaube, die tun mir nichts, wenn ich da vorsichtig rangehe. Aua. Das Zugseil, Bahnwagen, Ort entdeckt. Toll. Was habe ich jetzt hier? Vorfallsbericht. Ein Spielbuch. Munition. Das war schon besser. Wo? Hilfe! Hilfe! Wir haben auch dieisty Internäale geblsite. Da hinten. Tablaz. drücke mit dem fuß unter die schreibtischschublade alter falter mal sehen wo ich jetzt abgespeichert hat eigentlich hier oben wenigstens gut das war so munition haben wir jetzt wieder hilfe hilfe ich muss mich beruhigen lass mich in ruhe lass mich in ruhe ich tu dir doch gar nichts so jetzt habe ich den immer noch nicht erreicht weil ich da oben noch nicht angekommen bin da muss ich hin genau in die richtung muss ich wieder ruhige grunde 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 die die runde Wo denn? Boah, jetzt mal Tierköde! Gott, was krähen hier? Eigentlich krähen hier, was ist hier los? Ah! Yeah, yeah! So, das sieht schon besser aus. So, jetzt können wir erst mal, dass wir das nicht gleich gefunden haben. Trifft sich mit Raju. War ich hier schon? Wir werden hier landen. Schalyama-Kloster! Für die neue Fähigkeit, ne? Vorsicht mit den Kisten! Die haben Waffen eingepackt, die nicht gesichert sind. Das macht nichts. Idioten! Ich brauche die alle. So. Die ist voll. Die ist voll. Die ist voll. Aber er hat mich einfach ausreden lassen. Ist ein guter Mann. Er mag nur keine Idioten. Aber wenn man ihn erstmal besser kennt... Okay, aber tu mir einen Gefallen, ja? Verrate keinem, was ich gerade gesagt habe. Das ging auch? Okay. Wie geht es dir? Oh, gut! Perfekt! Danke! Danke der Nachfrage! Wieso brauchen wir hier noch was? Granaten! Körperpanzer voll! Oh, yeah! So. Können wir hier was machen? Ja. Rajo erwartet dich bereits im Kloster. Okay. Oh, Michael Jackson! Au! Stimmt ja, da war ja noch was. Verbrennen kann ich mich auch noch. Hey! Ja, Flöhe, ne? Gut. Okay, dann werden wir es mal triggern. Das war's. Banner Schuhe. Banner Schuhe. Gott der Götter. Er schuf die Welt durch seinen Gesang. Dafür danken wir ihm. Wir danken den Göttern, dass sie uns Leben spendeten. Bitte, nimm dir einen Opferkorb. Einen Opferkorb. Stopp, ne? Voller Ende. Schall, Yammer, Pilgerreise. Äh, und denn? Was soll ich jetzt machen? Aktuelles Ziel? Du ich, wie ihr sieh?! Also, irgendwo muss ich da mit hin, aber ich weiß gar nicht wo. Aha. Und dann hier? Okay. Aber, achso. 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 Interagieren. Und jetzt? Namaste. Also bevor das nicht abgeschlossen ist. Ich muss hier noch mehr anzünden. Aha. Die Götter segnen uns mit Weisheit und wir sammeln sie in den Gebetsbühlen, um uns von den schlechten Gedanken zu säubern. Okay. Ich drehe. Das hat aber damit jetzt nichts zu tun gehabt. Ein Leben ohne Emotionen ist kein Leben. Doch eines, das von Emotionen kontrolliert wird, wird davon verschlungen. Bitte, bitte. Okay. Aber genial gemacht. Das ist der nächste Punkt. Das Leben ist so zart und flüchtig wie der Hauch eines süßen Duftes. Der Weihrauch symbolisiert unsere Sterblichkeit. Okay. Neue Schützenhilfe Upgrades, Handels, ich bin fertig. Aha. Na toll. Können wir hier noch irgendwas machen? Irgendwas untersuchen? Nein. Boah. Ich komme mir auch gar nicht vorbei, ne? Ich komme mir auch gar nicht vorbei, ne? Bereite dich darauf vor, dass es los wird zum Verteidigen. Wie kriege ich jetzt Schützenhilfe? Sammlung, Taktik, ach, ich weiß wie. Ich weiß es doch nicht wie. Ich weiß es doch nicht wie. Ach, wir haben einen Stein. Schützenhilfe. Schützenhilfe steht während der Mission nicht zur Verfügung. Ich bin begeistert. Ist auch vollkommen überbewertet. Ich weiß. Hab ich. Ich brauche Handgranaten. Wo sind die... Das ist die Royal Army. Beschützt den Tempel. Hier. Der Feuer ist hier. Da kommen sie, da kommen sie. Sie greifen die heiligen Statuen an. Sie greifen das Waffen, verstecker. Der Feuer liegt eine Bombe am Schrein, was? Heißt der AJ, wir brauchen Hilfe. Ich komme hier gar nicht rein. Mein König. Ich hab ja bestimmt das Genick gebraucht. Ich hab bestimmt das Genick gebrauchen dürfen. Ach. Knapp ihn. Los. Was für ein Ding? Boah, ist aber fies hier Das meine ich doch wohl Kaugummi Da ist die nächste Granate 49 Sekunden, ja ich hab's gesehen Sie zerstören die Ikonen Der Feind ist hier Haltet die Position aus Schätzt den Tempel Mach ich Für den König Oh, Nerv Die Soldaten greifen das Waffenversteck an, helft mir Nerv du Direktor Ah Weiter schießen Halt Feind gerichtet Das liegt für den Feind angelegt Da ist der nächste Schnell zu den Türen Wir können nicht mehr Wir können nicht mehr Schuss für dich Schuss los, 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 los Guss Das ist ein Feuer Oh, mit Peck. Mit Peck. Oh, 11 Sekunden. 4 Sekunden. Nein! Leg die Rebellen um! Scheiße. Verdammt, da rennt's ja nur hin und her. Alter Falter. Und alles alleine? Wo sind meine ganzen Hilfen? Oh, nee, ne? Da bist du ja nur beim Dadern. Yay! Gut. Freunde, damit ist aber erstmal diese Folge zu Ende. Und wir kämpfen das nächste Mal weiter. Der C4 legen, C4 zünden. Aha! Ja. Ja. Ja.